Alter, unser Land wird immer größer, ne? Und wir kriegen hier einen Platz freigeschaltet. Glücksrad! Spin! Und noch einen Platz kriegen wir! Ja gut, ich hör ja schon auf. Conscription! Äh... So, das hier sind... Das ist gar nicht die Steigerung von dem, das ist nochmal eine eigene Truppe. Kauf mir so einen Mönch. Der feuert uns an. Ja gut. Alter, da kriegen wir so einen Heiligteil. Die, 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 die. Und jetzt haben wir hier vor Ort. So. Nein, einer ist schon verkratzt. Und jetzt machen wir mal die. So. Und ich muss hier grad mal kurz, äh, pausieren. Äh, so, dann geht's ja auch gleich weiter. Ich denke schon wieder so ein Skelett-Hulk irgendwie. Das ist ja... Das ist ja... Unverfassbar. Oh. 70. Ein Hass. Ach, so. Das kann ja böse enden. Besser mal... Äh, muss ich hier leider verschwinden. Sonst verkacken wir hier noch. Äh, äh. Mal los, macht sie, klopft. Irgendwie. Äh. Nein. Ja. Oh, das nächste Mal werden wir auf jeden Fall verkacken. Das sag ich euch jetzt schon. Oh, super. Äh. Ja, der wird's auf jeden Fall packen. Neeeee. Neeeee. Hübsch-Rat. Spin. 79 Yolt. Die nehmen wir doch gerne an. Artefakte, was haben wir da eigentlich so mittlerweile? Loot plus 10, Bomber-Power plus 10. Ah ja. Können wir uns die kaufen. Komm, ich kaufe mir noch einen Ritter. Und dann haben wir die erste Reihe. Vollständig Ritter wieder. Wisst ihr was? Ich verkaufe auch noch den. Und kaufe mir dafür dann so einen. Und dann haben wir nämlich hier gleich bessere Burgen. So. Jetzt wollen wir denen mal zeigen, wo's lang geht. Dreh, dreh, düh, 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 düh. So. Und fertig. Und den auch. So. Wir machen da das so. Und dann haben wir nämlich heilige Truppen, die gegen, naja, kurzfaltig heilige Truppen halt. Das dauert leider immer nur sehr kurz. So. Und jetzt alle auf den Hulk. Geht auch. 51 Gold. So. Könnt ihr die mal fertig machen? Oh. Geht auch. Geht auch schon deutlich besser aus, als es in dem letzten, letzten Mal. So. Jetzt machen wir mit voller Kraft auf die drauf. Nehmen wir, äh, zwei Drittel unserer gesamten Funktionen einfach mal einsetzen. So. Nein. Nein. Aber der ist fertig. Und. Ja. Und ein Schlüssel. Sieg. Yay. So. Haben wir hier was Neues gekriegt? Ich glaube, nein. Haben wir recht. Kützrad. Haben wir auch. Keins. Kaufen. Können wir uns jetzt, äh. Oh, wir könnten uns einen besseren Ritter kaufen. Warum sind die Ritter jetzt eigentlich auf der Seite? Ach so, der normale Ritter ist verschwunden. Ach ja. Dann würde ich sagen, ich kaufe mir noch so einen Alabaster. Setze den weiter hoch. Setze den da hin. Und setze den dann dahin. Dann sind wir nämlich etwas besser gerüstet wieder. Auf in den Wald. So. Oh ja. Jetzt sind es schon fünf. So. Mit ihren Blasrohren können wir doch nichts gegen uns ausrichten, hoffe ich. Nein, einer ist schon verkratzt von dem... Gut, das war sogar ein Alabaster, verdammt. Und ein Ticket haben wir gekriegt. Machen wir wieder die Strategie. So. So. Die mit ihrem Hulk, also diesem Händ hier. Da kriegen die eigentlich nicht so einen fetten Malz. Ich find das nur gerecht. So. Oh, da haben sie gleich noch einen. Und, ähm, nein, wir verkratzen die Truppen. So. Ah. Der Mönch ist verkratzt. Und der Exotist. Verdammt. Jetzt sind 4 von 5. So. 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 In die Konstruktion könnten wir. So einer verkauft sich für wie viel? Das ist genug. So. 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 Dann noch kiddarinski können wir aber nur den machen und Stier haben wir leider nicht mehr. So. 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 Ich hoffe, dass wir das ganze Level gewinnen können. Wahrscheinlich nicht. Yay! Und ein Bier! Was auch immer das bringt. Ich hätte 4 von 5. Können wir sie noch schlagen? Weil wir jemmerlich an denen scheitern. Wir haben mehr Leben. Hier, immerhin. Das könnte noch klappen. Wir haben nämlich jetzt weniger Leben als wir. Ja! 122. Battle 55. Nein, die tötten uns alle. Mist. Nein! In der letzten Welle, natürlich. Glücksrad. Stimmt. Was kriegen wir diesmal? 150 Gold. Freundes Kürzchen, dafür können wir uns noch einen fetten Ritter kaufen. So, diesen Schwächling stellen wir mal da hinten hin. So. Den Schwächling stellen wir vorne hin. Den stellen wir auf den. Irgendwie so. Oder tauschen mit die mal, weil der besser ist, als der, glaube ich. Aber wisst ihr was? Tausche so. Ach, wisst ihr was? Ja, äh, ich kann mich so super entscheiden. Einfach nur. Jetzt probieren wir das nochmal. Mit zwei fetten Rittern. Mal sehen, ob wir das Gießmal hinkriegen. So. Aha. Dann machen wir das so. Und da brennen die nieder. So. Nein, ein fetter Ritter ist so. Zwei fette Ritter sind tot. So. Und einer von, in dessen Halk ist auch tot. So. Und immerhin 46 Gold. So. So. Hier. Und. Noch klebt die erste Reihe. Das ist immerhin etwas. Ja, die erste Reihe hat diese Runde überlebt. So. Jetzt machen wir hier wieder super. 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 Und. Jetzt ist auch unsere erste Reihe verkracht. Aber die anderen Reihen stehen alle noch. So. So. 71 Gold. indoor. haltet. �